Grüß euch, ich bin der Bernd Mayrhofer. Ich komme aus Seeowelchen am Attersee und bin Landschaftsgärtner. Ich bin ein ziemlicher Maschinenfreak. Also mir gefällt am besten das Maschinenfahren, Traktor, Bagger, Fräsen. Man soll kreativ sein, soll selbstständig arbeiten können, soll ein räumliches Darstellungsvermögen haben, soll Plan lesen können und einfach handwerklich sehr geschickt sein. Ich möchte jetzt dann nach der Lehre eben einen Masterkurs besuchen und möchte mich nach dem Master dann in die Selbstständigkeit bewegen. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.